So, Leute, ich habe mir sozusagen jetzt, ich habe beschlossen, euch mit diesem Mist hier zu verschonen. Deswegen werde ich hier einfach jedes Mal nach vorne spielen, damit ihr diesen Mist euch wirklich nicht mehr ansehen müsst, den ich hier so veranstalte. Mach! 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 Nein! Nein! Mach! Ach! Da! Jetzt stirb doch! Du bist so hässlich! Scheiße! Jetzt schnell hoch! Steh hoch! Wuh! 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 Was? Was bist du? Was bist du? Was bist du? Wuh! Nein! 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 Wo ist meine Waffe? Wo ist meine Waffe? Ist er tot? Leute! Ich habe es geschafft! Ich habe es tatsächlich geschafft! Das gibt es doch gar nicht! Warum ging es davon? Oh! Was bist du? Äh, der World of Souls. Was? Das Gute der Seelen ist in der Nähe von Deutschland located, also lokalisiert. Das ist eine Warnung! Ähm, ähm, stört nicht die verschollene Bundeslade. Aha, gut, hier. Das war anscheinend der Vater von Marion. Kann das sein? Oh! Patchy! Patchy, da komm! Komm, ihr Ratten! Kommt! Ich kriege euch! So, wir sind jetzt hier. Da! Aha, okay, hier oben haben wir ein bisschen an HP-Life. Wir sind jetzt... Wo sind wir denn jetzt hier? Aber wir sind noch immer in Kairo. So, das sind die... Komischen Männchen. Ja, der schießt hier schon oben. Wo es dafür keinen Grund gibt. Was ist da oben? Da! Weißt du, weißt du was? Kann ich eigentlich... Wo? Was ist hier? Na, komm, komm, komm näher, du Kapuzenmännchen. Da, da! Dort bist du! Gibt es ja eigentlich eine Waffe bald. Also so eine Peng-Peng. Nein! Das war... Das ging doch so. Wieso kann ich Ratten so zerwursteln? Da! Nein! 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 Da! Uh! Ich schlage mich doch jetzt gerade gut. Also besser als vorhin. Ja, mir liegt gerade nicht daran. Nicht viel daran. Hier non-stop. Ja, okay, hier ist eine Patcher. Die brauche ich doch gar nicht. Die brauche ich die, um das hier hochzubekommen. Nein! Spring rüber wollte ich. Das wollte ich. Wahrscheinlich brauche ich das hier gleich später. Da! Hier ist wieder eine Patcher. Genau dafür brauche ich es anscheinend. Nein! Nein! Ich möchte runter. Ich möchte erst zu sehen. Erst zu sehen? Was ist das für ein Satz? Ich möchte erst zu sehen. Ich möchte erst hier gucken, was es hier so gibt. Hier sind wieder ein Punkt. Und. Wäää! Und noch einmal. Wäää! Was ist da? So ein Mist. Was? Duh! 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 Ich patch dich aus! Gibt es doch keine Widerrede mehr. Jetzt bin ich aber gespannt. Oh, man sieht den hübschen Mond hier. Oh, nein, 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 nein. Du kriegst mich nicht. So, ich habe gelernt, den Idioten hier aus dem Weg zu gehen. Der Mond sieht hier hübsch aus. Total. Total hübsch, ja. Ich weiß gerade. Man kann auch merken, dass ich eine Nacht über diese ganze Geschichte hier jetzt geschlafen habe. Weil ich so viel, einfach viel, viel ruhiger bin, als dass man es bei mir gewohnt war. Also zumindest das, was in der letzten Partie zu geschehen ist. Was? Das gibt es doch nicht. Was? Wie viele kommen denn da noch? Da. Da. Da, du. Pfeife. Da. Kannst du nicht? Da. Ja, jetzt ist er tot. Tot von drei Pätschen hieben. Da. 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 Was? Ratteismus. Wau. Komm schon, wir müssen die Ratte jetzt hier... Oh. Einrollen. Zurollen. Was? Hoch. Pfeife hoch. Ach so, verdammt. Ich muss hier springen, damit hier irgendwas funktioniert. Da. 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 Was? Da. Jetzt ist er tot. Ach. So, hier ist wieder so ein Ding. Das heißt, hier gibt es gleich nichts Gutes. Da. Da. Ratte so. Maschinengewehr futzi so. Na. Äh. Da, mach. Was? Indie. Endlich. Nein. Nein. Du glaubst das doch selber nicht, was du hier gerade veranstaltest. Nein. Ratten. Ratten. Wieso können uns Ratten eigentlich hier töten? Ich meine... Was? Was? Wieso stehst du auf? Nein. Nein. Runter. Indie. Da. Endlich. Es kann es doch nicht sein, dass Ratten uns so dermaßen verletzen, dass wir nicht mehr wissen, wo oben und unten ist. So, wir gehen jetzt mal hier hoch. So, was gibt es hier? Aha. Das gibt es hier. Ah. Punkte gibt es hier. Da. Wir springen hier mal hoch. Gucken uns an, was hier ist. Wahrscheinlich... Ja, genau. Das habe ich gemeint. Da. Was? Warte. Da. Und. Da. Nein. Die Kugel fliegt. Was? Was? Ich bin... Ich bin ganz tot. Ach Gott. Zum Glück beginnen wir hier. Warte, ich kriege dich. Da. Nein. Bücken, dücken, schmücken. Da. Da. Bist du tot? Nein. Da. Da. Wie oft? Muss ich da noch? Nein. Runter. Da. Wie viele noch? Da. Na ja. Was? Die spawnen alle. Da, schnell. Dück dich. Schmück dich. Bück dich. Da. Da. Das kann es doch nicht sein. Wie viel halten die aus? Die spawnen nonstop diese Ratten hier. So. Ja, die... Das habe ich. Das habe ich noch. Und da war ich hier, genau. Da. Das bringt dir nichts. Verstehst du? Das bringt dir überhaupt nichts. Ich brauche eine Patsche, verdammt. Nein. 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 Oh. Gott sei Dank. Oh. Wir haben zwei Granaten jetzt. Und was haben wir noch dazu bekommen? Er hat Waffe, aber... Oder? Aber die haben wir ja schon. Deswegen brauchen wir das nicht genau hier schon wieder. Brauchen wir alles nicht. Ich schieße euch alle tot. Ja. Ich schieße sie tot, aber die Ratten kriegen mich dennoch. Was? Wo schieße ich? Ah. Schnell. Das gibt es nicht. Da. Jetzt. Schnell. Ratte. Dö. Dö. Was ist mit der Ratte? Da. 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 Was? Wie viel hält die Ratte aus? Oder ist das immer eine neue, die gespawnt wird? Und ich checke sie einfach. Oh. Oh. Was? Wo siehst du in Indie? Was? Nein. Nein. Was? Was? Das gibt es doch gar nicht. Die spawnen nonstop. Das gibt es überhaupt nicht. Okay. Also weißt du was? X-Rayc, du musst dich total sputen. Weißt du was? Ich gehe hier, glaube ich, runter. Denn ich will meine Peitsche. Nein. Ich will Peitsche. Ich schieße mal zur Sicherheit. Wo? Nein. Es muss doch hier irgendwo eine Peitsche geben. Kann. Das geht doch so nicht. Jetzt. Ja. Gibt es. Wonderful. Was? Bitte roll dich. Okay, da haben wir dieses Ding. Da. Da. Na schnell. So. Da schnell. Oder war dort noch ein zweites? Das weiß ich gar nicht mehr. Da. Wunderbar. Wunderbar. Das geht doch. Schocker. Locker. Was? Mach. So. Dann schieße ich einfach mal nach vorne. Da so. Non-stop nach vorne schießen. Oh. Gott sei Dank. Nein. Okay, was ist hier? Ich hätte nichts Gutes. Ja, hier haben wir noch eine Waffe. Ich schieße schon mal voraus. Da. Ich schieße einfach voraus. Da. Sie sind tot. Das ist eine Waffe und keine Banane, mit der du rumwirfst wie Monkey. Mach. Mach. Wo siehst du hin? Da. Was? Was? Da. Was? Es gibt es rechts. Da. Es gibt es doch gar nicht. Wie viel noch? Nein. Nein. Da. Man muss sich so total konzentrieren, sonst wird das nichts. Oh. Was? War hier nicht so ein Fass? Nein. Okay, wartet mal. Ich übe mal. Okay, so schießt man hier quer. Nein. Da. Was? Ratten. Wisst ihr was? Da. So. Und jetzt. Da. 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 Du bist doof. Und ihr? Was wollt ihr? Ihr Turbanita? Wieso kann ich den mit... Wieso kann... Wieso geht das nicht? Da. Aha. Meine Punkte? Was ist damit? Ich... Was? Wie? In die? Ja, man könnte mir natürlich die ganze Sache jetzt in die Schuhe schieben, aber ich drücke einfach viel zu schnell, dass da was passiert. Ich schieße einfach wie doof nach vorne. Ach so, ich bin hier schon hinten. Ich dachte, ich müsste noch ganz von vorne anfangen. Ja, natürlich. Dieses Level. Gut. Da, schnell nach vorne. Alles abknallen. Was bitte, Indy? Was? Da. Da. Mach doch. Indy, du bist so doof. Was? Duck dich. Da. Schießt tot. Das gibt es doch gar nicht. Jedes Mal verkacke ich hier irgendwas. Hier ist viel zu viel Platz, fällt mir gerade auf. Ist das Level vorbei? Ja. Das Level ist vorbei. Heißt das, ich komme in... Ich kann vor Freunden nicht mehr sprechen. Was? Stopp. Stopp. Ganz kurz stopp. Ganz kurz Pause. Habe ich jetzt irgendwas verpasst? Nein, oder? Nein, anscheinend ist die zweite Map Cairo viel größer, als ich gedacht habe. Ich hoffe, ich spawne hier. Falls irgendwas passiert. Da, was ist das? Batsche? Da. Da. Was ist da in der Kiste? Kann ich irgendwas anfassen oder so? Kann ich runter? Kann ich weiter runter? Nein. Das geht hier nun mal nicht. Und wo sind die Soldaten jetzt hin? Wo sind die Soldaten hin? Och, hier ist Leben. Aha. Was bringt mir das? Da. Was ist das für ein Vogel? Nein. Was? Lass, nein. Ihr lügt. Hier. Da. Ihr lügt. Und zwar alle Beide. Ich habe es doch gewusst. Gut. Was soll ich hier damit? Okay. Hier ist es eine Art Schlucht. Deswegen würde ich sagen, jetzt wahrscheinlich hier irgendwie lang. Aha. Dass da hier der Wagen kommt. Ach so, wir sind in einer Ausgrabungsstätte hier. Da. Da, du dober Vogel. Da. 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 Schieß doch. Ja, ich stehe vielleicht nicht schießen, aber mit deiner Peitsche rumfuchteln. Passiert gleich was, oder? Was? Ich wollte eigentlich hier hoch. Oh mein Gott. Ach, hier unten ist Leben. Wonderful life. Was? 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 Was war das? Ich will nicht mehr. Da. Da. Ich hab dich. Sag dir doch, ich hab dich. Ach so, das sind diese Motorräder da. Nein. Auf den kacke ich hier. Auf den treffe ich sowieso wahrscheinlich nicht. Wunderbar. Und wie komm ich hier hoch? Okay. Das heißt, ich hab hier irgendwas verbockt anscheinend. Denn wir müssen hier irgendwie hoch. Ah. Da. Nein. Lück doch nicht rum. So, nur wie komm ich denn da hoch? Nein. Was? Jetzt spring doch in die. Du bist so dumm. Da. Auf wen schießt ihr bitte? Ich bin hier drüben und nicht dort oben. Da. Genau. Ich muss, glaube ich, anscheinend hier oben lang. Da. Tod, du. Ah, okay. Und. Dö, 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 dö. Da. Das kannst du irgendwo nicht sein. Hier. Kann ich da. Verdammt. Dö. Dö. Was? Schieß doch nicht rum. Du weißt doch nicht mal, auf wen du schießen sollst. Dö. Was? Dö. Da. Puh. So. Einfach drüber springen. Non-Interesse. Non-Interesse an euch. Puh. Wo jetzt lang? Was? Hallo? Da. Ihr dummen Vögel. Ich glaube, ich beginne jetzt auch Vögel zu hassen. So habt ihr recht. Ihr seid total behämmert. Da. Kommt gleich der Wagen oder so. Sag ich. Doch. Was ist das bitte schön für ein scheiß Geräusch von den Möwen oder was soll ich hier mal so? Ih. Ih. Da. Pachayismus. Da. Und was jetzt? Da. Uh. War das jetzt richtig? Hier war ich noch nicht, weil es hier viel zu viele Punkte gerade gibt. Ist noch ein Leben? Was? Spring doch nicht rein, du Depp. Nein. Es springt. Wisst ihr was? Ich gehe von hier weg. Das ist nichts Gesundes für mich. Merke ich gerade. Ich checke es gerade überhaupt nicht. Okay. Einfach weiter. Hier eventuell ein bisschen runter. Gucken, was hier ist. Der Patsche. Nein, danke. Hier war ein Gegner irgendwo. Oh. Da ist er ja. Gott. Der hat sich ja hier. Puh. Total verschanzt. Komm. Da. Nein. Da. Okay. Wunderbar. Das hätten wir jetzt auch geschafft. Das war jetzt einfacher als das andere. Aber. Jetzt bin ich gespannt. Was passiert jetzt? Indy. Wir haben. Was? Wir haben die Höhle der verlorenen Seele gefunden oder was? Oder irgendwas? Das muss der Ort sein, an dem sich... ähm... ...die Bundeslade versteckt hält. Oder beziehungsweise wo man die Bundeslade versteckt hat. Nun gut. Get ready. Wieso ist das so hässlich pixelhaft? Was passiert hier mit der ganzen... Was? Was passiert hier jetzt damit? Warum ist das so hässlich hier? Ich verstehe nicht, warum das so hässlich hier ist. Leute. Es tut mir leid. Oh Gott. Schlangen. Jetzt. Oh. Da. Wieso sind hier doofe Gegner? Kann mir das bitte einer erklären? Da. Da. Ja. Eine Patcher gegen den Felsen, ne? Das muss man sich mal vorstellen. Ich kriege hier gleich einen epileptischen Anfall oder so, wenn es hier so weiter blinkt. Das ist unmöglich. Eine Fledermaus. Natürlich. Da. Fledermäuse kennen wir ja aus... ...aus dem Dschungel am Anfang. Was ist das? Okay. Das sind einfach nur Leichen. Da. Was ist das? Wieder eine Patcher. Oh. Wie viele sind denn hier an Fledermäusen? Da. Okay. Da. Da. Kommt. Wisst ihr was? Da. Tschüss. Da. Okay. Verdammt. Da. Nein. Fass. Oh Gott. Wieso blinkt das hier so hässlich? Ich will nicht, dass das sowas tut. Oh mein Gott. So. Ich werde aber nach dieser Aufnahme, die jetzt hier gleich schon sowieso zu Ende ist... Was passiert hier? Ich würde mal sagen... Einen Moment. Ich bleibe genau an dieser Stelle hier stehen. Hier scheint es mir sicher zu sein. Ich mache hier an dieser Stelle einen kurzen Cut. Und ich schaue, wie ich diese blöden Pixelfehler hier irgendwie behoben bekomme. Und wir sehen uns im nächsten Bad wieder. Aah! Weg! Zurück! 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 Wen crawles auf! Oh, die Wasfer, woher die Wasfer, woher die Wasfer! Ja, ich will mich께서 im Weg! Ich will die Wasfer! Ich will die Wasfer! Da, an ihm. Nimm! Untertitelung des ZDF für funk, 2017